Der Podcast für Männer mit Seele. Hier ist wieder für dich Markus Lehmkuhl. Das heutige Thema lautet Come as you are. Ja, gleichnamiger Titel von der richtig coolen Band Nirvana. Und ja, den Titel sowie die Lyrics dazu habe ich dir nachher mal in die Shownotes gestellt, weil ja, ist eigentlich passend zu dem, was ich dir heute erzählen möchte. Come as you are, für mich einfach frei übersetzt, sei wer du bist. Und ja, da ich ja viel Musik höre, kriege ich immer durch gewisse Titel, Inspirationen und Ideen, worüber ich mal sprechen kann, was mich gerade auch so beschäftigt. Und was ich dir damit auf den Weg geben möchte, zum Nachdenken und ja, auch als Impuls, nachher auch als Idee, ja, wie sehr wir uns Menschen doch einordnen, einordnen wollen, einordnen lassen, ich sag mal mit Titeln, mit Aufgabenbereichen, mit Rollen, ne, nehmen wir mal im Business-Kontext die gesamten Visitenkarten, was da immer alles so draufsteht, an Titeln da unten, das ist unfassbar. Und ich hab so den Eindruck, das nimmt komplett überhand. Also die meisten Dinge und Titel verstehe ich überhaupt alle gar nicht mehr, was das einfach zu bedeuten hat. Aber ja, wir geben uns dort Bedeutung und ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber ich hab den Eindruck, das wird halt immer mehr, wo ich mir die Frage stelle, warum tun wir das? Warum müssen wir all dem einen Untertitel und Obertitel und noch eine Unterrolle und Chief, Executive, Manager und Junior, Chief, Tralala, kannst du da hingucken, wo du willst. Im Business-Bereich ganz extrem, ja, weil da einfach Karriereleitern mit beschrieben werden von Rollen. Dann, ja, ich sag mal auch im Trainer- und Coach-Business, was es da alles gibt, gerade im Social-Media-Bereich, es ist unfassbar, kotzt mich auch ehrlich gesagt zum Teil an, hatte ich auch schon mal so erwähnt, aber High-Performance-Trainer und Coach, ja, was heißt denn das? Was soll das? Wieso brauche ich das? Wieso muss ich das betiteln? Glaube ich da selber nicht dran? Kann ich das selber nicht überzeugend rüberbringen, wie High-Performance oder wie gut oder schlecht ich bin? Muss ich das dranschreiben? Muss ich mir ein Etikett auf die Birne tackern? Oder warum macht man das? Also ich glaube, ganz ehrlich, je mehr Titel ich mir hinten dran hänge, auch die Visitenkarte-Tacker, die dann fast so lang sind, als, weiß ich nicht, du müsst die Visitenkarte schon fast rund gestalten, das kriegst du alles gar nicht da drauf geschrieben. Wo ich denke, glauben die das selber von sich? Haben die ein Selbstwertthema? Warum müssen die sich so betiteln? Damit andere das sehen? Damit sie dadurch eine Bedeutung bekommen? Wenn ich doch von mir überzeugt bin, von dem, was ich kann und glaube, ja, dann muss ich doch nicht wie eine Litwasssäule durch die Gegend rennen und jedem das Ding um die Ohren hauen und sagen, wie toll ich bin. Oder ich bin Golden Award, Mega Speaker, Weltrekord, weiß ich nicht was. Ich verstehe das alles nicht mehr da draußen, was da gemacht wird. Wofür? Jetzt mal allen Ernstes, für diejenigen, die das machen, die sich so betitulieren, wie reagieren die denn, wenn die das bei anderen sehen? Wollen die wirklich ernst genommen werden? Kann man das wirklich ernst nehmen? Wieso muss man da überall Titel dranhängen? Wieso haben wir den Drang, immer mehr Titel dranhängen, uns zu betiteln, eine Bedeutung, eine Rolle zuzuschreiben, damit wir uns und auch unser Gegenüber einordnen können? Das ist ja eine hierarchische Einordnung. Wenn ich Mega-Top-Speaker bin, dann bin ich ja etwas mehr als der Mega-Speaker. Oder wenn ich der High-Performance-Coach bin, dann bin ich ja wahrscheinlich, fühle ich mich ja besser als der stinknormale Coach. Ja? Ist das so, nur weil ich mit einer Fahne durch die Gegend renne? Oder was könnte sonst noch dahinter stecken? Mir fällt es eklatant auf, mich nervt es, wo ich auch denke, also ich habe den Impuls, mich da echt zurückzuziehen, weil das ist für mich einfach nicht echt, das ist nicht wahrhaft, das ist nicht authentisch. Und auch das ist wieder so ein Begriff, der völlig überstrapaziert wird und missbraucht wird. Leider Gottes genau von diesen Luftbezeichnungen. Und ja, auch im Business-Kontext kenne ich das natürlich auch. Ich habe viele Firmen erleben dürfen, mittelständische Firmen, Konzernstrukturen, bei Kunden ebenso, was da für Titel und Büroschilder existieren. Wozu dient das? Dient das wirklich dem Sinn und Zweck dieses Unternehmens, des Erfolges, dessen, wofür man da ist? Oder resultiert daraus einfach nur so ein territoriales Revierpissen? Zu sagen, so, das ist mein Feld, komme mir nicht zu nahe. Laut Visitenkarte ist das und das mein Aufgabenbereich. Und also ich beobachte wirklich ganz stark, was ich ganz schade finde, dass jeder nur sein Revier verteidigt. Und der Sinn und Zweck eines Unternehmens, das Leistungsprinzip oder der Erfolg oder dessen, wofür man da arbeitet, komplett auf der Strecke bleibt. Das heißt, da geht es um Machterhalt, um, ja, Verteidigung. Ja, wirklich, Revierpissen, hier habe ich meine Fahne gesetzt, komme mir nicht zu nahe, das geht dich nichts an, das ist nicht dein Bereich. Wie viel Energie ballern wir da rein? Wie viel Energie ballern wir in der Abgrenzung, in der Wahrung der scheinbaren Grenzen, die wir irgendwo auf einer Visitenkarte stehen haben? Und was passiert dann? Was passiert bei dir, wenn du eine Visitenkarte siehst und da ist irgendein Titel unten drunter? Manager von was weiß ich, keine Ahnung. Findet dann in dem Moment nicht direkt eine Bewertung statt, eine Einordnung statt? Wer ist oben, wer ist unten? Läuft das nicht automatisch ab? Soll das vielleicht so sein? Und ist es nicht so? Ja, wie wäre es denn, wenn da nichts draufstehen würde? Gar nichts. Wenn das alles frei wäre, da gäbe es nur die Namen und die Menschen. Wäre es dann vielleicht nicht so, dass wir uns vielleicht etwas mehr bemühen müssten, diesen Menschen und diesen Gegenüber oder den Kollegen oder den Kunden oder den Lieferanten oder den Speaker oder Trainer kennenzulernen, nähert kennenzulernen, in Kommunikation zu treten, das heißt, mehr von diesem Menschen zu erfahren, gegenseitig zu erfahren, uns bemühen, ein Gespräch zu führen, um herauszufinden, wer er ist und was er ist, welche Überzeugung er hat, wie er seine Aufgabe sieht, was ist seine Aufgabe, könnte man so vielleicht nicht automatisch mehr Kommunikation herstellen? Anstatt direkt, ja, ich fasse schon abstrafen, zu bewerten laut Titel, bist du das und das? Also ich fände die Idee nicht so schlecht. Und gerne kann ich dir auch nochmal ein persönliches Beispiel geben. Ja, bei einem meiner letzten Arbeitgeber war ich in der Vertriebsleitung oder war ich die Vertriebsleitung? Habe die übernommen. Und ja, ich mag auch gar nicht verhehlen, dass das irgendwo, dass mir das Spaß gemacht hat, in gewisser Weise stolz, weil ich gerne Verantwortung trage. Ich entscheide gerne auch im Bau heraus. Ich habe da auch, ja, von meinen PLDs und meinen persönlichen Anfragen Antreibern und passt das auch? Also ich übernehme gerne Führung für eine Sache. Ich entscheide, wie gesagt, gerne. Ich habe eine hohe Risikobereitschaft. Ich habe da, glaube ich, ein gutes Bauchgefühl und ich bin so eine Lösungsmaschine. Also ich sehe halt immer viele, viele Möglichkeiten und Chancen und weiß davon Menschen auch zu begeistern. Aber interessanterweise ist es so, dass das, was da mit dieser Aufgabe noch zusammenhängt, was ich vielleicht auch unterschätzt habe, dieses ganze Controlling, dieses Firmeninterne, Menschen zu führen, wenn es da rumgezickt wird und, und, und. Da hatte ich gar keinen Bock drauf. Ich kann das zwar, ich verstehe das zwar, das gibt mein Intellekt auch her, aber ich hatte da gar keinen Bock drauf. So, und dann stellt man sich die Frage, okay, so, du wirst natürlich auch irgendwo für diesen Titel bezahlt. Aber mache ich wirklich vornehmlich das, worauf ich Bock habe, woran ich Spaß habe und wenn ich das tue, woran ich Spaß habe, dann sind es doch auch die Dinge, die ich richtig gut kann, weil ich die ja mit Begeisterung mache. Oder wie groß ist der Anteil dieser Aufgabe oder dieser Rolle, die mir gar keinen Spaß macht, aber ich tacker mich und klebe mich an meine Visitenkarte und sicherlich, ich sage mal, in Kombination auch an mein, ja, ordentliches Gehalt, was ich dafür bekomme. Wie sieht denn das bei dir aus mit deiner Tätigkeit, mit deiner Rolle, mit deiner Visitenkarte? Wie sehr hängst du an, ja, die Annehmlichkeiten, an das Geld, wie sehr hängst du an deinem Titel, wie sehr gibt dir dieser Titel Bedeutung und wie sehr, wie hoch ist der Anteil dessen, was du dort tust, den du gerne tust, der dir Spaß macht von denen, wo du sagst, ja, das kann ich richtig gut. Und dann habe ich bei der darauffolgenden Stelle, ja, einen Cut gemacht und habe dann auch interessanterweise einen Geschäftsführer gefunden, der gesagt hat, es ist mir vollkommen egal, was sie machen, wie sie es bei uns machen wollen. Hauptsache, wir kriegen ihre Manpower für das, was sie gut können, Menschen zu begeistern, Projekte anzuschieben, ja, unterwegs zu sein, neue Dinge zu entwickeln, Neues entstehen zu lassen, Möglichkeiten zu sehen, neue Möglichkeiten zu schaffen. Und das ist das, was mir Spaß macht. Da bin ich begeistert, da kann ich automatisch begeistern und das hauptsächlich zu tun. Und interessanterweise ist da ein, ja, mittlerweile auch Freund und ehemaliger Vertriebskollege von mir mitgegangen, der sehr, sehr strukturiert ist und der das gerne macht. Und der macht heute die Vertriebsleitung. Ja, ich habe diesen Titel drangegeben, weil, pff, was soll's. Und der macht das gut und der macht das gerne und der macht das, diese strukturellen Geschichten und die Controlling-Geschichten und das zwischenmenschliche in den Firmen, was mir mittlerweile zu viel ist, macht der gerne und das macht der richtig gut. und ich mache das, was ich tue, richtig gut. Mach sogar weniger heute in dem Bereich. Auch das war möglich. Aber auch auf einen Menschen zu treffen, der das möglich gemacht hat, der nicht sagt, hm, Visitenkarte, hier, äh, du bist das und das. Nein. Stärken-orientiert, begeisterungsorientiert, neigungsorientiert, das ist leistungsorientiert, weil dann bringst du Top-Leistung. Aber natürlich erlebe ich da auch, wie dann, ja, diese alteingesessenen Strukturen, wie dieses Territorialpinkeln stattfindet und das, ah, das ist mein Bereich und wie viel man aufpassen muss, nicht irgendwem über die Grenze zu latschen, obwohl es nur um das Ergebnis geht. Aber nein, Machtkampf, Machterhalt, wo denkt, meine Güte, das ist müde, da geht so viel Energie bei drauf. Und wenn man diese Energie mal in Kosten und Investitionen rechnet, für Firmen, oh mein Gott, was käme da zusammen. Der helle Wahnsinn. Also, von daher, der Impuls, ne, Visitenkarten nur mit Namen, Büroschilder nur mit Namen, dass wir alle mal selber herausfinden und uns Gedanken machen, was tun wir eigentlich, wofür tun wir das, wie können wir uns hier besser kennenlernen. Das könnte doch ein wunderschöner Impuls sein, dass wir dann aufgefordert sind, uns besser kennenzulernen und nicht direkt eine Einordnung, ah, der macht Einkauf und zack, bumm, dass die Bewertung schon erledigt und wir haben nicht mal mit diesem Menschen gesprochen. Also, mich reizt diese Idee und ich finde diese Idee toll und, ja, so kann man doch sicherlich auch zurückfinden zur Kommunikation und aus dieser Kommunikation heraus zu einer sinnvollen zwischenmenschlichen Bindung, Verbindung, Motivation zu einem anderen Klima und letzten Endes zu auch sicherlich einem besseren Unternehmenserfolg, wenn wir das Beispiel mal jetzt auf das Business runterbrechen. Das Gleiche gilt für Coaching und Training und logischerweise auch. Also, ganz ehrlich, diese ganzen Titel da draußen, das ist unfassbar, was wir uns da für Medaillen um den Hals hängen. Wofür? Wofür? Ich kann es nicht ernst nehmen. Ja. Gut, also, dann zieh du doch mal für dich Bilanz, wie das bei dir so aussieht. Wie sehr liebst du deine Visitenkarte, sofern du eine hast und wie sehr liebst du das, was draufsteht außerhalb deines Namens? Was brauchst du, was brauchst du nicht? Und es ist alles okay. Wie viel Struktur, wie viel Einordnung, wie viel Abgrenzung brauchst du, liebst du, magst du und wie freigeistig möchtest du vielleicht damit umgehen? Dann, ja, kreatives Nachdenken damit und sei wie du bist, come as you are. Enjoy the song, dein Markus Lehmkuhl. Bis zum nächsten Mal.